Hallöchen und heute wieder ein kleines Informationsvideo in eigene Sache und zwar findet wieder am 30.08. ein Livestream statt hier auf YouTube bei eurem Mutti beim Wandel um 17.30 Uhr. Dann nochmal Dankeschön für die 150 Abonnenten. Wir werden dann im Stream ein kleines Special machen. Wir machen ein Best of Tree gegeneinander. Es kommt dann aber noch später nochmal ein Best of Tree als Video. Dann nochmals Danke für 150 Abonnenten, für eure Unterstützung die wir bekommen, für eure positive oder negative Kritik. Für jede Interaktion mit euch. Wir sind da echt begeistert von und würden uns freuen, wenn es noch ein bisschen mehr wird. Mehr ist immer gut. Dann sehen wir uns wie gesagt am Donnerstag. Tschüssi.